Sehr gut. Wir haben beim letzten Mal, haben wir, um Gottes Willen, wir haben Loops und Methoden besprochen. Ich habe eine Antwort von Raditya. Vielen Dank, wenn du da bist. Hand heben. Ne, nicht da. Trotzdem, danke. Wir haben zu den Methoden anscheinend keine Antwort. Weiter unten, ja, Padlet ist super. Dann nehme ich das. Achso, Loops. Ah, es waren ja Loops und Methoden, das letzte Mal. Da hättet ihr, genau. Alles klar. Dann muss ich ein bisschen, oh Gott. Ja, super. Dann gehe ich mal davon aus, dass du auch die Fragen formuliert hast. Danke. Wir gehen mal rein und suchen uns eine Frage aus. Eine Wie funktioniert ist ein bisschen schwer in Kreuzaufgaben, würde ich sagen. Aber ich könnte da andere Antworten geben. Also ich könnte da Quatsch entschreiben. Eine Vorschleife initialisiert bei jedem Schleifendurchlauf eine Variable, bla 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 bla, was ja nicht stimmt. Oder ich schreibe die richtige Antwort. Andere Frage wäre, aus welchen Komponenten besteht. Das hatten wir heute auch, ne? Düt, düt, düt. Das ist eine einfache Frage. Drei Bestandteile. Hier ist sozusagen eine Spezialfrage. Wie viel kann man weglassen? Kann man alle drei Bestandteile weglassen und nur Klammer auf und dann Semikolon, Semikolon schreiben? Ja, kann man. Und können mehrere Variablen für die Initialisierung genutzt werden? Hatten wir gar nicht besprochen. Ja, ist aber auch interessant. Welche Frage nehmen wir? Zwei ist ein Vorschlag. Einfache, aus welchen Bestandteilen hatten wir ja heute auch in dem Test. Dann hat die Zwei gewonnen. Wenn jetzt keiner widerspricht und sagt, ich will eine kompliziertere Aufgabe. Okay, vielen Dank erstmal fürs Eintragen. Methoden. So, der Sinn und Zweck von Methoden kann abgefragt werden. Da kann ich auch Quatsch schreiben. Nur, dass Methoden dafür da sind, einen Block sozusagen in Schleife auszuführen. Das EVA-Prinzip, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Ja, da würde ich jetzt vielleicht einen Teil davon machen. Ich würde sagen, das ist das EVA-Prinzip, Eingabe, Warten, Ausgabe oder was auch immer. Wobei es jetzt sehr gut ist für die Klausurvorbereitung, dass du dir so viel Mühe gegeben hast mit dem Markieren von E und dem V und dem A. Finde ich sehr gut. So, genau, wann man Void verwendet? Eine einfache Frage. Das wisst ihr, müssen wir jetzt nicht wiederholen. Und was die Main-Methode ist, die spezielle Main-Methode, die das Programm startet. Wünsche, welche Frage garantiert rankommt? Da würde ich jetzt natürlich Quatsch schreiben. Die Main-Methode ist die kürzestmögliche Methode, weil alle Methoden dürfen, müssen vier oder mehr Buchstaben in ihrem Namen haben. Also, was ist die Main-Methode? Wozu brauchen wir Void? Eva? Frage 3, Void, ja, weil es so kurz ist, Methode ohne Rückgabewert. Ich nehme, ihr nehmt ja, ihr müsst ja wissen, was ihr in eurer Klausur haben wollt. So, dann. Schauen wir mal, wer der Glückliche ist, zur Zusammenfassung viel haben wir nicht, zu 2D-Arrays. Cenk. Wo bist du? Super. Und? Dein Fallback? Vielleicht vertrittst du dich selbst? Ruzdi. Richtig ausgesprochen? Ruzdi? Ruzdi. Okay, dann schaut mal, was ihr für uns zusammenfassen könnt zum Thema, ich würde sagen, 2D-Arrays. Cool. So, Mensch, wir haben so viel gemacht, außer Unterricht bisher, fast eine Stunde lang. Was möchte ich heute einführen? Also, unabhängig davon, dass wir Methoden gemacht haben und Loops gemacht haben, gibt es noch ein bisschen mehr. Wir werden uns heute mit zweidimensionalen Arrays auseinandersetzen, das brauchen wir dann für die Übungsaufgabe. Und wir werden uns ein bisschen mit Soft Skills auseinandersetzen, einem Soft Skill, der sich Pseudocode nennt, also Pseudocode aufschreibt. Mit dem fangen wir auch an. Die 2D-Arrays münden dann in zwei neuen Schlüsselbegriffen, Break und Continue, womit wir Schleifen irgendwie unterbrechen können, kontrollieren können, auf eine neue Art und Weise. Also, nicht nur mit der Schleifenbedingung, sondern auch mit diesen zwei Schlüsselbegriffen. Okay, die Wiederholung ist jetzt für die Folien, wir haben jetzt genug Wiederholungen, glaube ich, gemacht, wäre jetzt die Methodenwiederholung. Pseudocode. Also, wenn ich vor einem Problem stehe, welches mein Gehirn nicht erfassen kann, oft ist es bei mir irgendwas mit Kalender, Zeit, irgendwas, was ich in der Software abbilden muss, wo es Zeit von bis und Überschneidung, stellt euch vor, ihr wollt ein Kalenderprogramm machen und Termine überschneiden sich und so weiter. Manchmal sind es auch andere Dinge, die ich abbilden will. Dann greife ich manchmal zu Stift und Zettel. Das ist dann so der besondere Moment, wo ich nicht mehr sozusagen, nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ich muss zwei Schritte zurück und das Problem mir mal aufmalen oder aufschreiben. Oft ist es malen. Ich bin ein visueller Typ, bei mir entstehen immer irgendwelche Kästchen und Linien oder irgendwelche Sachen. Dann mache ich das wieder weg und male das neu. Der Computer ist meistens zu langsam dafür, weil man ja viel einfacher mit einem Blatt Papier rumzeichnen kann. Und oft kommen dann ein paar Sachen bei raus, also Ideen raus oder ich sehe schon Probleme. Das ist eine Art sozusagen, Software zu konzipieren. Weil oft ist die Lösung klar. Also das Ergebnis, was rauskommen muss, weiß man sogar. Man hat vielleicht sogar ein paar Beispiele. Also man kennt das Ergebnis einer Berechnung, aber kennt noch nicht die Formel dazu. Aber man weiß, wenn ich A reingebe, kommt B raus. Und es geht darum, das dazwischen zu finden. Und wer visuell ist, zeichnet irgendwie visuell das Ganze auf. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn man die Idee entwickeln will, Code zu schreiben. Ihr wisst, was Code ist. Code ist das, was wir bisher gemacht haben mit Java, mit den Blöcken, die wir hatten. Datentypen, Bedingungen, If-Else oder Switch, Schleifen, Methoden. Und wenn wir auf dem Blatt Papier das aufschreiben, dann muss das Blatt Papier, das, was wir da aufschreiben, ja nicht unbedingt kompilieren. Ist doch egal. Ich schreibe, ich brauche hier eine Schleife, in der Schleife brauche ich noch eine und da will ich die zwei Sachen machen. Ob ich da jetzt eine Klammer gesetzt habe, eine geschweifte Klammer, ein Semikolon, ist für das Blatt Papier erstmal vollkommen egal. Das interessiert das Blatt Papier nicht, weil es ist kein Compiler. Aber es dient dazu, eure Ideen zu strukturieren. Dass ihr es mal auf Papier bringt und sagt, soll ich das lieber so oder lieber so machen. Oft ist das sogar schneller, also man ist schneller, indem man langsamer ist, wie die Schildkröte und der Hase. Der Hase, der immer sprintet und erschöpft Pause macht und die Schildkröte, die ganz langsam, aber kontinuierlich ihre Schritte macht. Wenn man sich einen Plan macht, wenn man ein Konzept macht und wenn man versucht, die Struktur des Codes aufzuschreiben und kurz nachzudenken, ist das sinnvoll, kann man sich viel Zeit sparen, weil man sich natürlich verlieren kann während des Programmierens in Compile-Fehler und Semikolons. Und das eigentliche Problem ist nicht mehr sichtbar. Man beschäftigt sich mit anderen Problemen, mit Klammerproblemen, mit Datentyp-Problemen oder anderen Themen, die man am Ende sowieso lösen muss. Aber die haben mit dem Problem nichts zu tun, mit dem eigentlichen Problem, mit dem, was man lösen will. Und insofern bietet es sich an, reinzugehen und zu sagen, okay, ich versuche mal ein Problem irgendwie grob zu lösen. Und das Schöne an Pseudo-Code ist, ihr könnt euch sogar eure eigene Sprache ausdenken. Ist ja egal. Ihr könnt sagen, bei mir gibt es keine geschweiften Klammern mehr, die nerven mich. Ich möchte das irgendwie anders skribbeln. Ja, bei mir ist es irgendwie anders. Ich mache immer Smileys oder ich mache gar nichts oder ich schreibe das einfach auf so einem karierten Papier, also so ein Kästchen Papier. Schreibe ich das einfach leicht eingerückt ein, dann brauche ich diese geschweiften Klammern nicht. Ja, dann spare ich mir das. Aber ihr müsst ja irgendwie das strukturieren. Vielleicht malt ihr auch Blöcke, wie bei diesem Maze. Ihr malt so ein Pac-Man, wo ein Pac-Man drin ist. Okay. Und wenn wir jetzt zum Beispiel vor einem Problem stehen, wo wir ein Array haben und da wollen wir drüber iterieren und nur wenn es eine Katze ist, wollen wir das in die Konsole drucken. Ja, man kann natürlich grob, das wäre der erste Versuch, man sagt, irgendwie muss ich über alle Tiere in diesem Array iterieren und dann muss ich irgendwie prüfen, ob das eine Katze ist und wenn ja, muss ich drucken. Auf die Konsole quasi printen. Das ist es ja im Print. Ja, irgendwie muss ich iterieren. Irgendwie muss ich prüfen, ob es eine Katze ist und dann muss ich irgendwie drucken. Ja, und das kann man jetzt in Java übersetzen schrittweise. Ja, und dann sagst du, prüfen, ob es eine Katze ist, da kenne ich ein Konstrukt. Das nennt sich if. Ja, dann nehme ich mal ein if. Und jetzt habt ihr den zweiten Versuch, habt das vielleicht ein bisschen konkretisiert. Und ihr habt jetzt hier auch zum Beispiel gesagt, ja, das Array ist ein String, das darf ich nicht vergessen. Und ja, wir hatten mal nochmal Strings verglichen und jetzt ist ja erstmal egal. Ist erstmal für den zweiten Schritt egal, wie man Strings vergleicht. Ich schreibe, wenn hier Katze ist. Ja, und im dritten Schritt habe ich das immer noch nicht rausgefunden, aber im vierten muss ich dann rausfinden, dass man String.equals schreibt. Aber das ist erstmal nicht wichtig. .equals oder gleich gleich oder was auch immer ist, das spielt ja keine Rolle für eure Lösung. Das ist erstmal nur, das ist jetzt komplett trivial, aber ihr könnt das Problem angehen und in der nächsten Übung wird es euch helfen, wenn ihr nicht einfach anfangen zu programmieren. Ja, ich mache das ja nicht umsonst hier. Es gibt auch schlechten Pseudocode, also dafür wird euch keiner verhaften, wenn ihr auf dem Blatt Papier irgendwas tut, ist ja euers, aber es gibt auch etwas, was euch nicht weiter zum Ziel führt. Ja? Ja, der Versuch da, Pseudocode zu schreiben, ist quasi das Ergebnis aufzuschreiben. Äh, mein Programm soll nur Katzen drucken. Das hat euch jetzt dem Ziel nicht näher gebracht. Also ihr braucht irgendwie die Idee von diesen Strukturen, die wir in der Programmierung haben, bisher hatten. Von Datentypen bis Verzweigungen, bis Schleifen, bis Methoden, bis irgendwas. Ihr müsst ja diese Lego-Bausteine verwenden. Ja? Und, ähm, auch der letzte Versuch hier, ja, der könnte schon mal ein Hinweis sein, wo ihr hin müsst, aber ihr schreibt ja nicht ein Code, wo ihr sagt, ich gucke mir das erste, dann das zweite, dann das dritte an. Das schreibt ihr ja nicht. Ihr benutzt ja am Ende eine Schleife. Es kann ein guter Zwischenschritt sein, wenn ihr das sozusagen hinschreibt, was das Programm tun soll, aber ihr müsst davon abstrahieren. Ihr müsst auf die Idee kommen, eine Schleife zu verwenden oder eine Schleife in eine Schleife zu verwenden. Das hört auch gleich hier auf, das Thema Pseudocode. Weil ich euch nur daran erinnern will, dass Programmieren ein Folgeschritt vom Verstehen ist. Man kann diese zwei Prozesse miteinander verbinden, dass während des Programmierens man versteht und, während man programmiert und verändert, ein Gedankenprozess durch den Kopf läuft. Aber dazu braucht man viel Programmiererfahrung. Das wäre jetzt so, ich mache ja mal dieses berühmte Beispiel mit dem Autofahren. Alle denken, habe ich euch schon mal gesagt, alle denken, dass Autofahren bedeutet, schalten und lenken. Das denkt man immer vor der ersten Stunde, denkt man, oh Gott, dieses Autofahren ist so kompliziert, weil ich muss ja lenken und gleichzeitig schalten und Kupplung drücken und Gas und so. Und dabei merkt man nach der zweiten oder dritten Stunde, dass das nicht Autofahren ist, sondern das ist einfach nur Autobedienen. Autofahren ist das, was im Straßenverkehr passiert. Das muss man dann aber gleichzeitig tun. Und wenn das Autofahren, das Schalten und Lenken die geschweiften Klammern sind und die Vorschleifen, schreibt man jetzt for mit Klammer oder ohne, if und else schreibt man else mit einem E hinten oder nicht. Wenn das sozusagen die Kleinigkeiten sind, wenn das das Schalten ist, dann ist das Programm, ob es das Richtige tut, im Straßenverkehr fahren. Wenn da plötzlich ein Zeichen steht, links oder rechts abbiegen, dann müsst ihr euren Fahrlehrer fragen, lieber Fahrlehrer oder Fahrlehrerin, wo lang soll ich fahren? Weil das müsst ihr fragen während der Prüfung, wenn dann nur links oder rechts erlaubt ist, weil vorne quasi eine Autobahnausfahrt ist, müsst ihr links, rechts, dann müsst ihr fragen. Oder Einbahnstraße, wenn ihr links abbiegen wollt, dann könnt ihr nicht die ganze Zeit auf der rechten Seite fahren und dann irgendwie links rüberziehen. Ihr dürft auf der Einbahnstraße euch auch links orientieren. Das ist Autofahren. Das sind so Kleinigkeiten. Bitte. Na ja, übersetzbar ist ja alles, wenn man weitermachen würde, aber ab diesem Zeitpunkt müsste man verfeinern. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass ich eine Kontrollstelle, also ich kann das jetzt nicht in Java-Code übersetzen. Da muss ich noch ein bisschen was tun. Nur die Katzen im Array auswählen. Ich sage mal so, wir sind hier auf einer Ebene, wo ich eine Meinung habe und du eine hast. Ich will die Idee überbringen, dass man codet, um eine Idee in Code zu übertragen, aber die Idee entsteht in eurem Kopf und die entsteht manchmal vielleicht vorher mit einem Skribbel. Und all das, was ich hier geschrieben habe, kann auch jemand für sich zeichnen in Form von Kästchen und Linien. Das muss nicht Text sein. Okay. Also ich will euch hin und wieder sehen, wie ihr ein Stück zurückgeht und versucht zu zeichnen. Ich möchte, dass ihr im Übungsraum die Tafel für euch beansprucht, euch zu zweit oder zu dritt hinstellt und sagt, wie machen wir das denn jetzt? Interviews werden teilweise so geführt. Ihr könnt ja mal Google-Interview oder Amazon-Interview oder einfach Interview. Da geht man nicht und codet, sondern man geht an ein Whiteboard und jemand gibt euch ein Problem. Und der Code muss nicht unbedingt kompilieren, er muss nur die richtigen, richtigen Ansätze haben. So ist das mit diesen Soft Skills. Da gibt es kein richtig, kein falsch, kurze Folie, aber das könnt ihr ein Leben lang falsch oder richtig oder gar nicht machen. Also wer nur codet und nicht einen Schritt zurück geht, der verpasst eine bestimmte Qualität, würde ich mal sagen. Okay, es scheint keine Fragen zu geben, noch könnt ihr nicht viel damit anfangen. In der Übung erinnert ihr euch hoffentlich daran. Weil die Übung ist, für den einen oder anderen ist das super einfach und er ist kongenial super. Aber die meisten müssen sich das so ein bisschen überlegen, wie sie daran arbeiten. So, wir kommen zu 2D-Arrays. Und jetzt machen wir das ganz, ganz anders als sonst. Ihr werdet euch jetzt über 2D-Arrays informieren und dann kommt der Inhalt. Den Timer setze ich zurück, ihr wisst, dieses Ding. Tut euch in 2, 3er-Gruppen zusammen. Es gibt echt viel Zeit, aber diese Zeit will wohl genutzt sein, weil am Ende habt ihr laufenden Code, der ein 2D-Array hat. Okay? Die Anweisung ist folgende. Also, schaut euch an, zusammen, teilt euch auf oder schaut euch alle gemeinsam an. Was sind mehrdimensionale Arrays? Wie werden sie deklariert und initialisiert? Also, wie definiert man das in Java und wie füllt man ein zweidimensionales Array in Java? Und dann sind die anderen Fragen noch da. Kommt euch. Dann, wenn ihr das gemacht habt, entwickelt eine kleine Anwendung, eine kleine Demo-Anwendung. Das kann ein Code-Board sein oder IntelliJ oder was auch immer ihr habt. Und dann können wir ja mal, vielleicht traut sich eine Gruppe oder zwei ihr Ergebnis zu präsentieren. Los geht's. Dann, gehen wir auf die Hände, hol mal. Dann, gehen wir auf die Hände, hol mal, denn dann, wenn ihr das gemacht habt. Okay, noch jemand anders? Das war jetzt Beispiel 1. Irgendjemand noch? Ich habe auch ein paar Beispiele. Lass uns wieder weitermachen. Ein bisschen 2D-Array besprechen. Noch ein Code-Beispiel. Du hast es schon reingepackt. Wie heißt es? Main. Wo habe ich es reingeworfen? Hier. Okay. Irgendwas habe ich da, glaube ich, kaputt gemacht. Woanders. So. Das ist gar nicht wo euer. Wo ist euer Beispiel hin? Okay. Also das Beispiel ist da. So. Jetzt geht es hier voll ab. Super. Also das erste Beispiel hier, was hier reinkommt. Okay. Ich habe auch noch Folien dazu. Vielleicht sagt ihr uns, wo die Probleme waren. Wie weit seid ihr gekommen? Was sollte es tun? Was tut es gerade? Also erst mal danke fürs Einreichen. Ja. Ja. Eine 3x3-Tabelle. Ja. Hier. Ja. Okay. Wer hat einen Hinweis, wie würde man bei einem 3x3 das erste Kästchen links oben füllen? Mit 0 erst mal. 0,0. Das ist schon mal, das haben wir bei Arrays gelernt. Das ist jetzt tatsächlich das Zweite. Also was du gemacht hast. Wir kommen jetzt, wir gehen langsam, langsam in die Komplexität. Du hast, du wolltest, du hast gedanklich das hier gehabt. Ja. Und das wäre 1,1. Äh, Quatsch. Das wäre 1,1. Okay. Das ist 0,0. Das könnte 0,1 sein. Okay. 0,2. Das wäre jetzt 1. Okay. Und dann hast du einen Print gemacht mit dem Array 2D. Das ist auch gut. Wenn man ein Array ausgeben will, kann man nicht einfach den Namen des Arrays nehmen und ausgeben, sondern das gibt nur was komisches aus. Können wir gleich gucken, was es ausgibt. Irgendwie nur die Adresse im Hauptspeicher. Wenn man ausgeben will, ist man selbst dafür verantwortlich, quasi durch das Array durchzugehen und Print, Print, Print aufzurufen. Das heißt, man muss bei dem Array dieses Element aufrufen und dann das 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 und immer wenn man so durchgeht, Print machen. Das hier, das kann man sich aussuchen, wie man da rangeht, ob das x, y, y, x. Ich habe jetzt eine Folie, wo ich zeige, wie ich da immer rangehe, aber das kann auch 0,1 sein, je nachdem, wie rum man das Array sieht. Es gibt da kein definitives, also ihr könnt euch überlegen, ob das x oder y ist. Ja, wir gucken uns im nächsten Beispiel ein, vielleicht gibt es da einen ja im Print. So, hier hat jemand eine Main-Methode, die SAFT heißt. Hier gibt es ein paar Hinweise, Klassen in Java, also die Dinger hier, die sollten in Großbuchstaben haben. Ist jetzt nicht schlimm, ja? Ja, genau, alles gut. Und die Methodennamen eher klein als Feedback, genau. So, was wurde hier für eine Art verwendet? Hier wird ein zweidimensionales Array definiert, was x heißt, aber es wurde jetzt irgendwie anders behandelt, als wir gerade gesehen haben. Was passiert hier in der Zeile? Es wird so vorinitialisiert, also direkt Werte reingeschrieben. Wir hatten das bei einem eindimensionalen Array auch schon, wo wir einfach eine geschweifte Klammer hatten und dann 1,5, 18, 3. Ja, das wurde dann direkt schon gefüllt mit den Werten. Das geht auch zweidimensional, ja? Da macht man eine geschweifte Klammer auf und in dieser geschweiften Klammer macht man geschweifte Klammern auf, weil es zweidimensional ist. Und jetzt kann man hier auch schon sozusagen eine gewisse Struktur sehen. So, was ist dann passiert? Dann ist er komplett durchgedreht. Ja, was ist dann? Bevor wir jetzt in die Details gehen, was denkt ihr macht der markierte Block? Da steht leider kein Kommentar. Ja, das ist das Wie. Ich will das Was wissen. Das Array wird gefüllt, ist eine Möglichkeit. Ja, sag ruhig, sag ruhig. Ja, gerne. Ja. Ja. Okay, da bist du auch schon sehr in den Details, wie es gemacht wird. Was wird hier gemacht? Also, wir kommen gleich zu dem Anteil mit xLength. Ja? Ja, das Array wird geprintet. Auf eine, ne? In Array, oh Gott, wieso muss ich so viel schreiben, wenn ich das Array printen will? Das Array wird geprintet in diesem. Irgendwie ausgegeben. Okay. Wir sehen zwei Prints, Print und Print. Das eine Print ist ein Print, das andere ist ein Print-Line, also irgendwie nebeneinander und dann irgendwie Umbruch. Sieht alles ganz komisch aus, was es tut, müssen wir gleich mal schauen. Was haben die zwei Vorschleifen sozusagen in sich? Die äußere Schleife, wenn wir die erstmal betrachten, da kommen wir jetzt zu deinem Hinweis. Die fängt bei I0 an und geht bis wohin? Genau, xLength. Was könnte Length sein? Also, wenn wir hier uns so ein Array angucken, da steht ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Inhalt ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das da unten gibt es gar nicht. Das ist ein 3 mal 2, ne? So sieht das Array aus. Ich mache das mal so, ich hoffe, das könnt ihr noch sehen. 1, 2, 3, 4 und 6. Und das Array heißt x und x.Length. Was könnte das uns geben? Welche Zahl kommt raus bei x.Length? 6, eine Theorie. 3, 2, vielleicht 19. 6 war die Idee, dass es mir die gesamte Anzahl von Elementen gibt, die in beiden Dimensionen drin sind, deswegen 6. 3, weil wahrscheinlich nur die Länge der ersten Dimension. 2, weil jemand gedacht hat, die Länge der zweiten Dimension. Das ist ja ein 3 mal 2 Block. Richtige Antwort ist die 3. Das ist die erste Dimension. Entschuldigung, was habe ich gesagt? 3 ist Quatsch. 2. Die äußerste Dimension ist, das sind zwei Zeilen. Und jede Zeile hat drei Spalten. Das heißt, die Antwort 2 ist richtig, bei x.Length. Das sind sozusagen zwei Zeilen. Was bedeutet denn x, eckige Klammer, auf i.Length? Genau, x von i hatten wir in der vorherigen Veranstaltung, ist einfach rausholen eines Elements an der Stelle i. Was für Elemente sind denn in diesem Array? Also wenn das das Array ist, das Äußere, was ist denn der Inhalt von dem Array? Was sind die einzelnen Zeilen vom Typ? Ein Array. Also das ist ein Array und die Elemente, die da drin sind, sind zwei Arrays. Die wiederum natürlich Zahlen enthalten. Aber wenn wir die Augen zusammenkneifen, dann sind das hier zwei Elemente, die jeweils Arrays sind. Das bedeutet, das hier ist ein Array und das hier ist ein Array. Und wenn ich jetzt von dem äußeren Element den Index 0 abfrage, also ich hole mir aus diesem äußeren Ding, das ist das Ding hier außen, das Ding hier außen, da hole ich mir das 0. Element raus. Was kriege ich? Ich kriege das Array. Und wenn ich das erste Element raushole, dann kriege ich das Array. Das passiert bei x von i, weil x ist ein Array, welches Arrays enthält. Und ich hole mir das 0. raus. Und wenn ich jetzt von dem, was ich mir rausgeholt habe, Längf aufrufe, was kriege ich jetzt? Wenn ich von dem roten Ding Längf aufrufe, was kriege ich jetzt? Da kriege ich die Anzahl der Elemente, 3 ist es in dem Fall. Vergiss, dass hier eine 3 steht. Hier könnte auch eine 9 stehen. Das ist ja nur der Inhalt. Aber die Länge von diesem roten Ding ist 3. Ich kriege also die Länge, sozusagen die zweite Dimension. Ich kriege sozusagen, wie breit das ist. Erst habe ich gekriegt, wie hoch das ist. Das waren 2. Das war dieses äußere Längf. Und dann habe ich mir ein Element rausgeholt. Das ist das rote. Und von dem gucke ich mir an, wie lang bist denn du eigentlich? So, deswegen x an der Stelle i, das ist dieser rote oder grüne, und gib mir mal die Länge. Wieso mache ich das jetzt? Wir sind jetzt in der zweiten Schleife. Was habe ich davon, wenn ich das tue? Weil ich scheine ja zwei Variablen zu haben. Ein i und ein j. Schaut mal, ich habe ein i, hier außen, und ich habe ein j hier innen. Überlegt mal, ja? Wir wollen am Ende quasi einen Koordinaten angeben. Okay, ich versuche jetzt noch mal, das zu übersetzen. Lass uns mal Indizes vergeben. 0, 1, 2, 0, 1. Macht ja Sinn, ne? Hier, 0, 1, 2, 0, 1. In die Richtung. Und in die Richtung. Wenn ich jetzt i und j habe, sagt mir mal, welche Werte i und j einnehmen. Lasst uns mal das Programm im Kopf ausführen. Was wird i als allererstes sein, wenn man in die Schleife reinkommt? 0. So. Was wird, dann sind wir irgendwo bei dieser Initialisierung. Schön. Ja? Nehmen wir da. Dann gehen wir, naja, was soll die Schleife tun? Die Schleife soll eine Schleife ausführen. Dann wird als erstes j auf was gesetzt? Auch 0. Okay. Also hier, 0, ne? Nicht o. So. j ist also 0 und diese innere Schleife läuft. Und denkt daran, Schleifen in Schleifen zu integrieren. Die innere Schleife läuft ja jetzt so vor sich hin und die äußere wartet ganz geduldig, bis die innere fertig ist, wann auch immer die fertig ist, ne? Vielleicht ist die auch nie fertig und läuft endlos. Was wird also als nächstes der Wert von j sein? 1. Das bedeutet hier hinten j++, ne? Wenn was auch immer hier drin passiert, ignorieren wir mal. Die Schleife läuft weiter, weiter, j wird 1. Und i? Irgendjemand hat was? Bleibt 0. Na, da ist noch nichts passiert. Wir sind ja in der inneren Schleife. Danach j2 und i? 0. Und jetzt passiert was anderes, ne? Genau. x i Lengf war 3. Erinnert euch, ne? Die Länge von diesem roten Ding ist 3. 0, 1, 2. Die innere Schleife wird also beendet hier. Solange j kleiner als 3 ist. Jetzt ist plötzlich j nicht mehr kleiner. So. Was ist also die nächste Zeile? i wird 1. Weil wir das hier beendet haben. Die äußere Schleife darf jetzt wieder eine weitergehen. Und die erhöht i um 1. Okay. Und j? 0. Wieso ist das jetzt schon wieder passiert? Ist doch ein Fehler, oder? Dass j 0 ist. Wieso ist j jetzt plötzlich 0? Aber j war ja gerade noch 2. Da steht ja j++. Wieso ist es nicht 3? Ja? 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 Genau. Wo steht, dass es von vorne losgeht? j gleich 0. Ja? Wieso sagt der Compiler nicht, j ist bereits definiert? Du kannst nicht noch ein j definieren. Richtig. Jede Variable existiert in dem Block, der sie umgibt. Wenn die Vorschleife beendet ist, die hier, dann wird das j zerstört. Das nächste j ist gleich, aber nicht identisch mit dem anderen j. Das ist einfach ein neues j, weil das j gibt es ja nicht mehr. Deswegen darf man immer wieder dieses j verwenden. Deswegen steht da int j. Okay. Das heißt, wir gehen hier weiter. Und jetzt wird es interessant. Hier steht 0, 1, 2, 1, 1. So. Was haben wir hier gemacht? Mein Finger wird jetzt geführt. Das ist unser Koordinatensystem. 0, 0. Und dann geht der Finger wohin? Nach rechts oder nach unten? 0, 1. 0, 2. Und jetzt? 1, 0. 1, 1. 1, 2. Wir haben eine Methode gefunden, durch ein zweidimensionales Array durchzugehen. Mit zwei Schleifen. Für den einen oder anderen war es klar, indem sie oder er einfach diesen Kauderwelsch da gesehen hat. Für mich manchmal nicht. Aber das hier ist eine Methode durchzugehen. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich bin ja jetzt so lang gegangen. Was ist, wenn ich Lust habe, so lang zu gehen? Könnt ihr euch ja mal überlegen. Das könnte ja auch sein, dass ich sage, ich möchte gerne 1, 4, 2, 5, 9, 6 ausgeben. Ja? Da kann man bestimmt was machen mit Austauschen der Schleifen und i und j. Genau. Aber das könnt ihr euch ja mal überlegen, wie ihr das macht. In der nächsten Aufgabe, in der Übungsaufgabe, mag es Sinn machen, mal so oder mal so durchzugehen. Welche Möglichkeiten gäbe es noch, durch dieses Array durchzugehen? Vom letzten rückwärts gehen. Welche gäbe es noch? Zufällig. Auch super. Ja, zufällig. Bis ich alle irgendwann getroffen habe. Ja, das ist das Wie. Aber die Frage war, wie ich sozusagen durchnavigiere dadurch. Ich könnte auch sowas hier machen. Wenn ich will. Wenn das Sinn macht für meinen Anwendungsfall. Also wenn ich eine Matrix habe, kann ich auch schräg durchgehen oder so schräg durchgehen. Keine Ahnung. All das, wenn man es machen will, ist nur eine Frage von, wie kann ich i's und j's generieren, die richtig sind. Für diesen Weg müsste ich ja generieren 0, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 1. Also wenn ich das schaffe, irgendwie i's und j's zu generieren, die das tun, dann laufe ich auch so durch. Okay. Das war jetzt, ja. Bei i, wieso wir 1, 1, 1, 1, 1 haben. Okay, das ist eine gute Frage. Wieso geht i, wieso ist bei i, 0, 0, 0, 1, 1, 1 und hört dann auf? Das war ja die Frage. Ja, vielleicht da vorne. Ja. Genau. Okay. Also i geht von 0 bis zur Länge von x. Und wenn x das ganze Ding ist, dann sind da zwei Elemente drin. Das ist ein Element, ist ja egal, was das ist. Und das ist das zweite Element. Also ist i Punkt Length eine 2. Da sind einfach zwei Dinge drin. Könnten zwei Integer sein, zwei Strings sein oder was auch immer. Da sind zwei Dinge da drin. Deswegen geht i von 0 bis 1. Es beginnt bei 0, 1, hört dann auf. Was das ist, ist jetzt was ganz Spezielles, weil das ist jetzt schon wieder ein Array. Das ist jetzt eigentlich nur, was ganz normal bei Arrays funktioniert, ist das Außen. Ich iteriere über ein Array und gehe alle Elemente durch. Hier sind jetzt einfach nur zwei Elemente. Gut. Was auch immer da ausgegeben wurde, könnt ihr ja dann ausführen im Codeport. Hier hat jemand auch Spaß mit XOXO. Das sieht aus wie Tic-Tac-Toe. Was macht Zeileprozent 2? Genau, da geht es um gerade und ungerade Zahlen, Modulo. Das ist eine gerade Zahl, das ist eine ungerade Zahl. Und dann ist wieder Spalte, Zeile. Hier sind interessante Benennungen. Hier hat jemand im Kopf eine Tabelle gehabt mit Zeilen und Spalten. Und hat sich dann überlegt, muss ich auch erstmal verstehen. Ich habe einen Kritikpunkt an dieser 8. Was bedeutet Hardcoding? Was bedeutet Hardcoding? Also ich mache das mal gerne größer. Aber ich habe einen Kritikpunkt. Was habe ich rausgezogen? Das HDMI-Kabel? Oh. Achso, nur kurzfristig, ne? Okay, Entschuldigung. Gibt es genug Kabel? Also diese 8, ich weiß nicht, ob man die hinten sehen kann. Diese kleine 8 und diese kleine 8, die halte ich für verbesserungsfähig. Wieso? Da hat jemand gesagt Hardcoding. Was ist so hard hier? Ja. Ja. Genau, also wenn ich hier eine 9 eintrage und einfach das Programm ausführe, dann wird das hier nicht berücksichtigt. Wieso nicht? Also, wieso nicht, weil da eine 8 steht. Was könnte sonst da stehen? Ja? Die Länge von Kissenshook. Kissenhugs. Aber bei den Engländern heißt es, glaube ich, Cross and Knots oder sowas. Crosses and Knots. Tic-Tac-Toe. Genau, also hier sozusagen ist das Programm nicht flexibel, was die Größe von der Spielfläche angeht. Hier könnte man die Länge nehmen, also Kissenhugs, Length. Und hier würde man Kissenhugs an der Stelle Zeile, Punkt Length nehmen. Dasselbe, was wir gerade hatten. Okay. Okay. Spannend. Hier hat auch jemand, also was ich hier schön finde, was wir sehen, ist, dass auch andere Datentypen durchaus gehen. Muss nicht Integer sein. Können hier verschiedene Datentypen in zweidimensional. Und hier scheint es mir, wenn ich es hier so hingucke, wie so eine Art Abbildung zu sein. Also Hund ist ein Haustier. Katze ist ein Haustier. Also quasi Paare sind hier definiert. Wenn wir von oben nach unten gehen, haben wir immer so Paare. Also hier könnte man auch mit dieser Anwendung könnte man auch ein Vokabelübungsprogramm in Java schreiben. Englisch-Deutsch-Übersetzung und dann Vokabeln machen und dann vielleicht sagen, und jetzt vertauscht die Sprachen. Zeigt mir immer das Deutsche. Ich tippe das Englische an. Und jetzt vertauscht die Sprache. Ich mache das Englische. Gib mir das Deutsche. Und dann könntet ihr hier eure Vokabeln reinschreiben. Okay. Das geht jetzt immer weiter, was gut ist. Ich weiß, dass ich überzogen habe, aber es war jetzt nicht so richtig nur Unterricht. Reconnecting. Gut. Do it. So, da kamen noch mehr Beispiele, glaube ich. Was die Folien dazu zu sagen haben, ist das, was wir schon herausgefunden haben. Wir haben vorher Arrays gehabt und haben Integer reingetan oder Strings. Dann hatten wir eine Position 0, 1, 2. Der Unterschied ist jetzt eigentlich ein kleiner, aber der ist ein bisschen schwer zu verstehen manchmal, ist, dass jetzt die Inhalte wiederum Arrays sind. Das Ganze muss da gar nicht aufhören. Man kann auch dreidimensionale, vierdimensionale, endimensionale Arrays machen. Das heißt, diese 20 muss auch keine Zahl sein. Hier kann auch wieder ein Array drin sein. Und dessen Elemente können auch wieder Arrays sein. Und irgendwann können wir das ja visuell nicht mehr darstellen. Ab 3 wird es schwierig oder für uns unmöglich. Aber 2 kriegen wir noch hin. Das ist das, was ihr im Kopf behalten müsst. Was passiert, wenn wir in zwei Dimensionen gehen? Dann kann man über Konzepte sprechen wie Zeilen, Spalten oder Reihen und Spalten, wenn man sich das so vorstellen möchte. Wenn man auf Indizes zugreift wie 0, 0 oder 2, 3. Wo bin ich da gerade? Vielleicht braucht jemand eine andere Assoziation und dann könnt ihr euch ein kathesisches Koordinatensystem, also eins, welches rechtwinklig ist, vorstellen, was ihr aus der Schule kennt. Wo diese Punkte eher Punkte im Raum sind. Manchmal will man sich das so vorstellen. Manchmal hilft eine Tabelle. Also hier könnte man zum Beispiel navigieren. Also wenn euer zweidimensionales Array eure Spielfläche ist von eurem neuen krassen Spiel und ihr wollt Spieler, also NPCs, computergenerierte Charaktere, der dann sozusagen einen Weg finden soll. Von 0, 0 soll der bis 2, 3 finden und hier sind aber Steine. Das kann man sich auch vorstellen, dass man ein zweidimensionales Array verwendet und versucht den Pfad zu finden von A nach B, den möglichst günstigsten, schnellsten Pfad. Wenn man seine Einheiten irgendwo hinschickt, dass die dahin wandern. Kann man sich auch überlegen. Das hier ist ein Beispiel, wo noch Hardcoding betrieben wird. Das zweidimensionale Array soll verdeutlichen, dass man so drüber iteriert. i gleich 10 plus j, da hatte ich die Frage, hat überhaupt keine Bedeutung. Man kann Werte initialisieren. Da kommt jetzt halt irgendwie 30 und so weiter raus. i und j, da hat jemand sozusagen schon Variablen verwendet. i für die äußere, j für die innere. Das sind so Konventionen. Ihr könnt Reihe, Zeile, Spalte, also möglichst bei Englisch bleiben, also row und column verwenden. Das ist dann sozusagen lesbarer für andere Kollegen. Ihr müsst nicht i und j verwenden. Manchmal macht es Sinn, oft macht es Sinn, einfach das Ding zu benennen, row, weil später, das Programm wird immer länger, dann steht da irgendwo halt zum Glück row und dann weiß man, oh, hier geht es um die Zeile oder column. Manchmal habt ihr das ja auch vertauscht. Irgendwo sagt ihr, äh, x von column. Und dann guckt ihr euch das später an und sagt, hier müsste row stehen. Also i und j sind nett, aber manchmal sind sprechendere Namen besser. Das mit der Länge ist ein bisschen wild. Die Länge eines Areas ist die der ersten Dimension. Wie viele Elemente enthält das? Auf die zweite Dimension kann man erstmal gar nicht zugreifen, auch nicht deren Länge. Man muss dann schon sagen, in welcher Zeile meint man denn die Länge. Jetzt kommt einer und sagt, ist doch eigentlich egal, weil es ist ja immer rechteckig. Es ist ja immer 1, 1, 2, 3 oder irgendetwas. Dennoch ist das die Syntax. An der i-ten oder enden oder i-ten Zeile möchte ich wissen, wie lang ist das, was drin ist, wenn es ein Array ist. Und so könnt ihr auch Elemente rausholen. Das hatten wir vorhin gesehen, da stand jetzt i, j, jetzt steht hier 2, 3. Dann holt man sich quasi den dritten und vierten Wert, weil es bei 0 beginnt, aus dem Array. Diverse Beispiele. Und jetzt, also das braucht ihr, das werdet ihr auch üben in der Übung. Da geht es darum, der ein oder andere hat es vielleicht aus dem letzten Semester noch im Kopf oder schon gehört. Es geht darum, dass ich euch Sudoku-Lösungen gebe und ihr bewertet, ob die Lösung korrekt ist. In der Übungsaufgabe steht nochmal, wie Sudoku funktioniert. Aber Sudoku ist ja ein zweidimensionales Problem, wenn ihr euch daran erinnert. Und ich gebe euch Lösungen und ihr bewertet, ob die Lösung korrekt ist. Was ihr nicht machen müsst, ist die Lösung finden. Das wäre eine andere Programmieraufgabe, dass ich euch ein unfertiges Sudoku gebe und euer Programm die Sudoku-Lösung findet. Ich gebe euch eine Lösung und ihr müsst kontrollieren, ihr müsst bewerten, ob die richtig ist. Letzter Punkt hier für die Einheit ist, ich habe euch angelogen. Ich habe euch insofern angelogen, als dass ich immer gesagt habe, dass die Schleifenbedingung die einzige Stelle ist, die bestimmt, ob eine Schleife weiterläuft. Das war so bis jetzt gerade eben, weil es noch eine, zwei, gleich kommt noch eine Ausnahme gibt, und zwar Break und Continue. Break kennen wir von welchem Sprachkonstrukt? Das ist gar kein neues Schlüsselwort. Beim Switch ging es darum, ich habe einen Wert und verschiedene Fälle und eines dieser Fälle passt und da gehe ich dann in dem Code weiter oder ich kann Fälle zusammenfassen. Wenn ich die Fälle nicht zusammenfasse, wenn ich jedes einzelnen Switch quasi behandeln will und rausgehen will, habe ich dann Break reingeschrieben. Wenn ich das Break weggenommen habe, ist es quasi zu den anderen Fällen auch noch gegangen. Daher kennen wir Break. Dieses Break ist ähnlich, bedeutet letztlich Unterbrechung. Unterbrechen der Schleife. Wieso sollte man Schleifen unterbrechen? Wieso sollte eine Schleife nicht bis zum Ende des Arrays laufen? Ja. Gleich um Zeit zu sparen? Genau. Genau. Ja, also wenn man was sucht und es gefunden hat, gibt es keinen Grund weiter zu suchen. Ja. Und, äh, Das ist zum Beispiel ein Grund, Schleifendurchläufe vermeiden. Manchmal ist es aber auch, wenn man etwas auf der Konsole ausgibt, printet und man ist fertig, weil man nur die ersten sieben Zeichen ausgeben will, dann kann man auch einen Break schreiben. Man könnte sozusagen eine Schleife bauen für das Spiel, dass es in Schleife läuft, bis man stirbt, bis der Score kleiner gleich 0 ist und dann bricht man die Schleife ab. Damit beendet sich das Spiel zum Beispiel. Okay. Break könnt ihr jederzeit schreiben in der Schleife. Was passiert ist, dass die Schleife unterbrochen wird. Es wird nicht mehr inkrementiert. Hier passiert gar nichts mehr. An der Stelle wird die Schleife verlassen. Wo geht es weiter? Was denkt ihr? Ja. Gute Frage. Was ist, wenn ich eine Schleife in der Schleife habe und da einfach jetzt Break steht? Welche ist gemeint? Es ist immer erst mal die äußerste gemeint. Da, wo du drin steckst. Also, wenn du eine Schleife in der Schleife hast und da steht Break, wird der hier quasi gebraked. Wenn aber außen noch ein Break steht, dann ist das die äußere. Also, du kannst ja ein Sprachkonstrukt haben, wo du hast Schleife, Schleife und nach der Schleife noch ein System-out-Print-Line in der äußeren Schleife. Und wenn du da noch irgendwo ein Break hast, geht es um die äußere Schleife. Es geht immer um die Schleife in dem Block, wo du drin bist. So, und wo geht es also weiter, wenn ich hier Break? Und hier, quasi auf die Bremsebrücke, geht einfach bei der nächsten Anweisung weiter. Das sieht ein bisschen komisch aus, weil die nächste Anweisung könnte hier sein, aber vor ist eine Anweisung. Egal wie viel drin passiert, das ist ein so ein Block. Das war bei dem Maze, war das so ein grüner Block, glaube ich, wo dann Dinge wiederholt wurden. Und dann geht es einfach weiter zum nächsten Block, was hier in dem Fall ist, das da. Also, die ganze Schleife wird beendet hier, es geht hier weiter. Was macht das Programm? Es sucht, bis es die 5 gefunden hat. Wie kann sich die Schleife etwas merken? Also, eigentlich, also nach der Schleife müssen wir wissen, ob die 5 drin war oder nicht drin war. Wie funktioniert das hier? Ja? Mit diesem Bullion, ja? Wieso existiert denn das noch nach der Schleife? Eigentlich stürmen doch alle Variablen, die in der Schleife verwendet werden. Es ist außerhalb der Schleife festgelegt und existiert in dem darum liegenden Block, was auch immer das ist. Eine Methode oder noch eine Schleife oder sowas. Also, found ist noch da, wenn wir hierhin kommen. Das habt ihr jetzt, glaube ich, bei der letzten Übung auch mehrfach so verwendet. Wenn ihr gezählt habt, count, habt ihr euch den Counter oben definiert, dann habt ihr gezählt und später habt ihr den Counter ausgegeben. Wenn ihr den Counter in der Vorschleife definiert, bleibt nichts übrig vom Counter, wenn die Vorschleife verlassen wird. Gut, Dinge, die wir schon festgestellt haben, können wir alle wiederverwenden. Wir hatten schon mal die Länge eines Strings, haben wir schon mal gehabt. Und wir hatten Char-Ad, hatten wir auch schon, wo man sich ein Zeichen rausholen kann. Das ist jetzt alles kombinierbar miteinander. Denkt daran, beim String ist es Length, Klammer auf Klammer zu, weil Length eine Methode ist. Und bei Array.Length ist keine geschweifte Klammer auf zu, weil es, das hatten wir noch, weil es ein Attribut ist. Attributen hatten wir. Continue, was mag das machen? Ihr könnt auch lesen oder raten. Ja? Ja, weil normalerweise wird ja immer Continued. Also, Continue heißt ja nur weitermachen. Genau, Continue bedeutet, beende den Schleifendurchlauf, den aktuellen, nicht die gesamte Schleife. Ich habe eigentlich zehn Schleifendurchläufe, aber den achten überspringe ich hier. Also, diese Anweisung wird nicht ausgeführt. Ich gehe zum neunten. Also, es ist ein frühzeitiges Beenden des Schleifendurchlaufs. Und Break ist ein frühzeitiges Beenden der gesamten Schleife, egal wie viel. Continue sagt nur, ich habe ein A hier gefunden. Also, wenn es kein A ist, dann zähle es nicht. Das bedeutet das. Ich zähle ja immer, wie viel A's hier drin sind. Wenn es kein A ist, Continue. Das heißt, alle Zeichen, die nicht A sind, da kommen wir nicht zu dieser Zeile. Wir zählen also. Continue bedeutet Schleifendurchlauf. Schleifen sozusagen Durchlauf beenden und zum nächsten Schleifendurchlauf durchgehen. Und dann wird ganz normal wieder inkrementiert. Die Bedingung wird geprüft und es wird weitergemacht. Nö, machen wir nicht. Genug Gruppenprogrammierung. Wir hätten jetzt, wir haben bis 11.45 Uhr. Wir machen jetzt mal eine Pause. Ihr habt jetzt lange gehört. Bis wann machen wir Pause? Es ist 10.33 Uhr. Wie lange braucht ihr? Viertel Stunde oder zehn Minuten? Viertel Stunde. Viertel Stunde. Viertel Stunde. Viertel Stunde. Viertel Stunde. Viertel Stunde.